Und weiter geht's hier mit Deadcheap. Oh yeah! Und wir spielen heute mal Spielerschlösser, weil upgraden geht leider noch nicht so gut, das Schloss bei mir, weil mir fehlt noch haufenweise Kohle. Ja. Und deswegen kümmern wir uns jetzt mal um ein paar Spielerschlösser und dann werde ich nebenbei noch mit dem Kriegerzock ein bisschen Gold sammeln und dann geht's nachher ab. Ein paar Spielerschlösser? Wolltest du jetzt angreifen, ja? Ja! Okay. Weil ich sehe auch gerade hier, wie viele Kronen die haben. Ja. Ich nehme jetzt hier mal einen, der einfach Level 5 hat, 0 Kronen und greife den einfach mal an. Wie heißt der denn Sis oder so zufällig nicht? Ne, ne? Juvissi. Juvissi. Durchschnittliche Dauer 2 Minuten 16. Ah, schade, ist hier bei mir nicht bei... Ich nehme mal Green Luck. Okay. Viel Gluck. Ach nein, warte, der hat ein Schild. Das Schloss ist geschützt. Ah, ja dann bringt das nicht so viel, wenn du da... Dann nehme ich hier den Novoto. Novoto kann dran glauben. So. Sterbt doch alle. Ach, guck mal, der hat da eine Falle? Wahrscheinlich, wenn ich da rumlaufe. Das macht dieses Ding nämlich nur, dieser Feuerball. Der entzündet die, macht ganz wenig Basisschaden und macht danach mehr Schaden durch das Feuer. Ja, genau. Das ist das. Ja, weil vorhin sind die so weggeplatzt am Anfang, weißt du? So die Noob-Gegner, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, lol, die kommen ja angestürmt. Hilfe, Mann. Voll viele, oder? Ja. Dann stun die, stun die irgendwie. Okay, war doch mehr Lärm um nix. Ja, aber die verpacken nicht viel, ne? Ich glaube jetzt einfach mal, hier ist ja gar nix, okay? Dann glaube ich da oben, ja. Oh, bei mir sind auch vier Stück, die hier angestürmt kommen, ey. Oh, und ein dickerer, ein dickerer ist dabei. Oh, war tot. Voll, voll die Stürmer. Voll, hat kurzes Schloss irgendwie, kommt mir sofort, als hätte er nur zwei Räume. Ja, hier stand ja auch bei, ähm, zwei Minuten Dauer, ne? Ja. Bei mir durchschnittliche Dauer. Ich, 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 ich hab mein Castle schon geschafft, jetzt. Ja. Ja. Super schnell. Voll durchgerannt. Und da gibt's ja auch noch so Competitions, so. In dieser Competition, äh, Area. Ich glaub da auch gewisse Zeitvorgaben, ne? Mhm. Alter, also manche bei, die sind echt sehr schnell. Aber das ist so, du, ähm, dein Hero wird dann runtergelevelt, quasi auf das Level des Schlosses. Ja. Damit nicht, damit nicht so ein Level 50er kommt, durchrennen und alles tötet. Aber du behältst trotzdem deine Skills. Ah, okay. Das ist ja ein toller Skill hier, ey. Nightmare Cage, den brauch ich, glaub ich, erstmal nicht. Hilfe! Okay, geht aber. Flammenstoß. Ich glaub, ich mach jetzt mal den Flammenstoß auf der rechten Maustaste. Heißt, du solltest gleich auch mal wechseln? Oh Mist! Nur noch 10 Minuten Zeit! Nur noch 10 Minuten? Oh oh. Na, Leute, dieser Ingame-Wur. Ich find meistens wieder den richtigen Weg. Ach, dat is shielded. Boah, wie wär dat mit den Fallen, sowas von aufm Sack geht hier, ne? Ja, welche Fallen denn? Diese Drehenden oder die, die schießen? So, so. Kugeln. Ne, wo er langsamer wirst. Ach so, ja. Du musst dir immer direkt für jetzt zurückgehen. Ja, lol. Der hat den ersten Endpost als, als Verteidiger. Ja, ja. Gibt den auch. Ein gutes Schloss ausgesucht. Haha. Ach so, dieser Flammenstoß, der Stunty übrigens auch, ne? Ja, cool. Das hab ich vorhin nicht gecheckt, so. Aua. Voll schön Feuer durchgelaufen. Ja. Maxxp erreicht. Oh, mein Gott. Oh. Ich will nicht sterben. Das wirst du aber, Peter. Das wirst du aber. Nicht so lange ich lebe. Haha. Haha. Ach, fuck, Mann. Ich muss ihn noch schaffen. Oh, nein. Ja, man sieht schon, ich brauch dickere Tränke, weil die heilen mich noch niemals mehr komplett. Ja, die heilen nicht so viel. Boah, jetzt hab ich mich auch verarschen lassen. Hast mich auch in die Sackgasse gerannt, ey. Aber ich hab gedacht, es ging links, rechts und rechts war eine Falle. Dann hab ich gedacht, ja, die wollen mich mit der Falle dahin locken. Such doch mal den Novoto. Kannst du den hier suchen angreifen? Geht das? Ja, ich denke schon, oder? Weiß ich jetzt nicht. Oh. Oh. Ich bin gestorben. Steh auf und kämpfe weiter. Ja, dann kannst du aber trotzdem nicht mehr schaffen mit dem Zeitlimit, weil das ist jetzt weg direkt. Ja, die war vorher auch. Ach, war schon weg? Ja. Oh, die, oh. Boah, hier sind vier von diesen Defendotron, diese Verteidiger-Bots da, ey. Ja, super ätzend, ne? Und die haben alle den Block. Alter, schon wieder tot. Heile mich. Was verliert der dann eigentlich immer? Der verliert jetzt immer seine Manschetten. Das hat so ein Random-Gegenstand? Ne, das hast du da aufgehoben. Ah, okay. Du verlierst quasi die Loot, die du da gekriegt hast, wenn du stirbst. So. Das ist aber gemein. Aber der hat ja schon einen krassen Gegner hier. Womit den Defendotron war geil. Weil jetzt kommt noch der Endwurst und ich hab noch so das letzte Stückchen nur noch. Ja. Also er rockt da schon die Schlösser. Muss hier raus, muss hier raus. Oh, Hilfe. Okay, Memo an mich, die Tränke upgraden. Oh, fick dich doch, Alter. Schau, wir nicht mehr. Von der Zeit her? Ja. Ja, ja. Schau, wir nicht mehr. Aber ich wäre jetzt auch gerade fast gestorben, aber mega knapp so. Ha, der war ja einfach, der Boss. Na jetzt, ne? Ach, komm, hau da ab, du Skelett, ey. Pöbel mich hier nicht an. So, durch die Tür. Jetzt kann man auch sehen, was passiert, wenn man in der Zeit immer nicht schafft. Und zwar sind dann die Truhen hier zu. Ja, bei mir auch. Da muss ich hier oben raus, ganz normal. Da gibt's halt kein extra Money am Ende. Aber man sieht ja, ich hab trotzdem 200 Gold knapp gekriegt. Ich war noch okay. Äh, wo kann ich die denn suchen, die dich angreifen will? Wo geht das? Ähm, geht das nicht da oben irgendwo? Bei, an der Freunde geht nur? Schade. Wahrscheinlich geht das nicht, damit die nicht so hart, ähm, fist ist die ganze Zeit, weißt du? Ja, damit die nicht suchen können. Weil du kannst ja hier unten more Castles drücken. Ja. Und Gold. Ich drück einfach mal. Oh, Level up. Ah, da wird's wahrscheinlich jetzt schon viele geben, weil du, du hattest gesagt, irgendwas mit 100.000 Spieler schon. Ja, wenn du, wenn du in der besten Liste guckst, da oben ist doch so ein, so ein Pokal. Ach so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hier so. Ich glaub, dafür sind eindeutig die Kronen. Also ich bin Platz 75.000. Cool. Weltweit, oder was? Ja. Und, und, und in Deutschland 2.981. Weil ich so wenig Kronen hab, weißt du? Guck mal, lol. Dätschis Magier hat gerade einen höheren Level erreicht als du. Dein Magier will doch sicher nicht, dass das so bleibt. Lol. Ne, der will er natürlich nicht, ne? Ach komm, wir machen hier noch so eine Quest-Schloss vielleicht, oder? Ja, ja, können wir machen. Warte, ich grade mal eben die Tränkbrauerei ab. Ja, das hab ich schon. Wie teuer die auch werden, die Tränke, direkt. Der nächste kostet direkt 650, dann ein Stack. Boah, das ist aber teuer, Mann. Ja, ist auch teuer. Ne, dann hol ich mir erst mal die billigen. Für die Popelschlüsse reicht das. Das reicht auch. So, sammeln. Da ist was zum Sammeln. Sehr gut. Dann komm ich mal... Welches nimmst du? Warte, ich guck grad... Ich muss grad suchen, wo die sind, hier. Äh, Zyklopending da? Ja, Zyklopending da. Warte, wo ist das? Cyclops Gym heißt das bei mir? Aber wo ist es denn jetzt? Hast du schon gefunden? Ja, Level 7. Oh yeah, Baby. Level 7. Wo ist es denn? Gibt's doch nix. Über Medic. Äh, über Medic? Brennendes Schloss, Brennendes Schloss. Nee, da ist... Einfach im Westen gucken. Ja, drüber ist bei mir nix. Nein? Nee, irgendwie nicht. Hast du auch noch dieses Hunger-Bot-Jagd? Ja, hab ich. Dann lass das nehmen. Okay. Zwar ein Level drüber, aber das schaffen wir trotzdem. Ja, aber andere auch. War auch Level 7. Achso, ja gut. Hab ich jetzt nicht gesehen. Ich war nicht da gerade. Komisch. Vorteil, du Trotton. Komm her, du Sack. Jetzt hab ich den wirklich auf ganz kurzes Stück nicht getroffen. Wie alt sind wir das denn jetzt, ey? Komm, wie blöd, ey. Wie blöd ich bin. Ja, weg ist er. Boah. Auf jeden Fall mal die Medizin weg sind. Sehr gut. Oh, pisse ich doch, ey. Aber an sich sind die Schlösser gleich dann, ne? Die vorgenerierten vom Level her, also vom Spieler, ja. Ja. Die sind klar, ich glaub schon, also. Ja, hat zumindest gerade auch gepasst, als du erzählt hast. Jetzt kommt nicht angestürmt. Oh, nein. Jetzt kommt nicht angestürmt. Ich bin gleich da. Ich mag anstürmen nicht. Es sterbt doch alle. Weg mit euch, ihr Opfer. Da brennt nach, ihr Wichser. Okay, fürs Schlossherz war ich im Fall noch einiges an Kohle. Boah, in die Scheißfalle rein, ey. Boah, hier kam jetzt auch gerade richtig was an. Na los, brenne. Schade, dass du die nicht in die eigenen Fallen reinlocken kannst, ne? Ja. Weil die rennen die ganze Zeit durch das Feuer, aber nichts passiert. Aber dann wär's wahrscheinlich ein bisschen nimmbar, so. ja oder dass du die fallen wenigstens kaputt machen könntest ja auch hier ich bin ich bin vom ende ja gute frage ich habe noch zehn minuten oben auf der uhr ja ich auch so ungefähr als er dann auch die hunger bots sind da ne der achter wo ist er raus oder sind verdammt eng ich schaffe es aber noch glaube ich oder schaffe ich noch mal jetzt ein foto finish alter wirklich haarscharf geschafft so war mein gott wenn man sieht hat ein bisschen mehr training ja das ist wenn man viel mit rechter maus das ist dann nicht so viel schaden macht weißt du ja irgendwie dann brauchst du länger habe ich gemerkt obwohl du denkst es ist schneller weil ja viele triffst aber es ist nicht immer so also wenn du da viele dicke stehen dass dann besser auf einen konzentrieren und immer drauf schießen immer auf den dicken ja immer auf den dicken aber jetzt habe ich nur zwei das schlosser blöder gibt nur ein plündere 20 schlösser hintereinander habe ich geschafft sehr gut ich würde sagen wir wir sammeln noch ein bisschen gold nebenbei und dann sehen wir uns im schlossbau level im nächsten part Yo, tschö!